Die Ringparabel ist zu einer klassischen Erzählung der deutschen Literatur geworden und hat über die Jahre hunderttausende Menschen beeinflusst, wie sie über Religion denken. Zum Guten, aber auch zum Schlechten. Heute schauen wir uns dabei erst die Grundfassung der Ringparabel an, danach zweitens, wie Lessing die Ringparabel in seinem Drama Nathan der Weise auf entscheidende Weise abgeändert hat und dann gehen wir auf die kritischsten neun Punkte ein. Willkommen beim Bibelfit-Projekt, wo wir versuchen, leicht verständlich tiefer in die Bibel einzusteigen, Jesus im modernen Alltag nachzufolgen und harte Fragen von Nichtchristen zu beantworten. Heute am Beispiel von klassischer Literatur. Jeden Beitrag verschenke ich Übersichten, biblische Entscheidungshilfen, komplette Hörbücher und sogar Onlinekurse. Das gibt's alles gratis auf der Website, dank freiwilligen monatlichen Spenden von Menschen wie dir und mir. Also, schauen wir uns zuerst die Grundfassung der Ringparabel an. Die findest du in der Novellensammlung Il di Camerone von Giovanni Boccaccio. Hören wir einmal rein. Saladin, dessen Trefflichkeit so groß war, dass sie ihn nicht nur von einem geringen Manne zum Sultan von Babylon erhob, sondern ihm auch vielfach Siege über sarazenische und christliche Fürsten gewährte, hatte in zahlreichen Kriegen in großartigem Aufwand seinen ganzen Schatz gelehrt und wusste nun, da neue und unerwartete Bedürfnisse wieder eine große Geldsum erheischten, nicht wo er sie so schnell wie er ihre Bedürfte auftreiben sollte. Da erinnerte er sich eines reichen Juden namens Melchizedek, der in Alexandrien auf Bucherli und nach Saladins Dafürhalten wohl imstande gewesen wäre, ihm zu helfen, aber so geizig war, dass er es aus freien Stücken nie getan hätte. Gewalt wollte Saladin nicht gebrauchen, aber das Bedürfnis war dringend und es stand bei ihm fest, auf die eine oder andere Weise sollte der Jude ihm helfen. Susanne, der nur auf einen Vorwand, ihn unter einigem Scheine zum Recht zwingen zu können. Endlich ließ er ihn rufen, empfing ihn auf das Freundlichste, hieß ihn neben sich sitzen und sprach alsdann. Mein Freund, ich habe schon von vielen gehört, du seist weise und habest besonders in göttlichen Dingen tiefe Einsicht. Der Jude war in der Tat ein weiser Mann und erkannte wohl, dass Saladin ihm solcherlei Fragen nur vorlegte, um ihn in seinen Worten zu fangen. Auch sah er, dass, welches von diesen Gesetzen er auch vor den anderen loben möchte, Saladin immer seinen Zweck erreichte. So bot er denn schnell seinen ganzen Schafsinn auf, um eine unverfängliche Antwort, wie sie ihm notat, zu finden. Schon fiel ihm auch ein, wie er sprechen musste und er sagte. Jetzt kommt die Ringparabel nach Boccaccio. Mein Gebieter, die Frage, die ihr mir vorlegt, ist schön und tiefsinnig. Soll ich aber meine Meinung darüber sagen, so muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die ihr sogleich vernehmen sollt. Ich erinnere mich, oftmals gehört zu haben, dass vor Zeiten ein reicher und vornehmer Mann lebte, der vor allen anderen außerlesene Juwelen, die er in seinen Schatz verwahrte, einen wunderschönen und kostbaren Ring wert hielt. Jetzt kommt der Ring, um den es geht. Um diesen seinen Werte und seiner Schönheit nachzuehren und ihn auf immer im Besitz seiner Nachkommen zu erhalten, ordnete er an, dass derjenige unter seinen Söhnen, der den Ring als ihm vom Vater übergeben vorzeigen könnte, für seinen Erben gelten und vor allen anderen als der vornehmste geehrt werden sollte. Der erste Empfänger des Ringes traf unter seinen Kindern eine ähnliche Verfügung und verfuhr dabei wie sein Vorfahrer. Kurz, der Ring ging von Hand zu Hand auf viele Nachkommen über. Endlich aber kam er in den Besitz eines Mannes, der drei Söhne hatte, die sämtlich schön, tugendhaft und ihrem Vater unbedingt gehorsam waren, daher auch gleichzeitig von ihm geliebt wurden. Die Jünglinge wussten, welches Bewandtnis es mit den Ringen hatte, und da ein jeder der geehrteste unter den Seinigen zu werden wünschte, baten alle drei einzeln den Vater, der schon alt war, inständig um das Geschenk des Ringes. Der gute Mann lebte sie alle gleichmäßig und wusste selbst keine Wahl unter ihnen zu treffen. So versprach er denn den Ring einem jeden und sann über das Mittel nach, um alle zu befriedigen. Zu diesem Ende ließ er heimlich von einem geschickten Meister zwei andere Ringe fertigen, die dem ersten so ähnlich waren, dass er selbst, der doch den Auftrag gegeben hatte, den Rechten kaum zu erkennen wusste. Als er auf dem Totenbett lag, gab er heimlich jedem der Söhne einen von den Ringen. Nach des Vaters Tod nahm man jeder Erbschaft und Vorrang für sich in Anspruch, und da einer dem anderen das Recht dazu bestritt, zeigte jeder, um seine Forderung zu begründen, den Ring vor, den er erhalten hatte. Da sich nun ergab, dass die Ringe einander so ähnlich waren, dass niemand erkennen konnte, welcher der echte sei, blieb die Frage, welcher von ihnen des Vaters echte Erbe sei, unentschieden, und so bleibt es noch heute. So sage ich euch denn, mein Gebieter, jetzt redet Melchizedek wieder, auch von den drei Gesetzen, die Gott Vater den drei Völkern gegeben, und über die ihr mich befraget. Jedes der Völker glaubt seine Erbschaft, sein wahres Gesetz und seine Gebote zu haben, damit es sie befolge. Wer es aber wirklich tat, darüber ist, wie über die Ringe, die Frage noch nicht entschieden. So, geht noch ein bisschen weiter, aber das war erstmal die Grundfassung nach Boccaccio. Ein paar Besonderheiten bei Boccaccio. Die Hauptfigur, der Nathan, der heißt Melchizedek, ja, also wie in der Genesis, und der wird als sehr geizig charakterisiert. Das heißt, er verleiht Geld sogar auf Bucher, also für maßlos überteuerte Zinsen, in der Regel also an sehr bedürftige Menschen, die kurzfristige Kredite brauchen, um zu überleben, und zockt die in dem Sinne ab, obwohl das laut Gottesgebot gar nicht erlaubt ist, so etwas zu tun. Und er würde in der Geschichte auch Saladin gar kein Geld leihen wollen. Dann geht es bei Boccaccio um die Frage, welches Gesetz das Wahre ist. So, dazu muss ich jetzt als studierter Religionswissenschaftler sagen, das ist eine schwierige Charakterisierung. Natürlich gibt es in allen drei großen monotheistischen Weltanschauungen Judentum, Christentum und Islam, natürlich gibt es bei den allen drei Regeln, ja, und welche Regeln und welche Gebote das sind, die laut dem Neuen Testament für Christen heute noch zutreffen. Dazu habe ich dir ein eigenes Video gemacht, das schon tausendfach angesehen wurde. Drück gerne die Glocke unter diesem Video, dann siehst du das auch Schritt für Schritt begründet. Trotzdem muss man aber ganz deutlich festhalten, dass es, und das ist auch eine Besonderheit vom biblischen Christentum im Gegensatz zu den anderen Weltanschauungen, dass es im biblischen Christentum vordergründig gar nicht so sehr um Regeln, Gesetze und Gebote geht. Ich erkläre es gleich nochmal genauer, aber das biblische Christentum ist eine Weltanschauung, die den Anspruch erhebt, die Realität wahrheitsgemäß zu beschreiben. Ja, das heißt, es soll nicht ein Märchen, nicht eine Fabel oder irgendwas sein, sondern der Anspruch ist es, okay, die Realität wird so beschrieben, wie sie ist. Und im Kern vom biblischen Christentum geht es darum, wie schuldige Individuen, die das wirklich von Herzen wollen, wie die vor dem jüngsten Gericht freigesprochen werden können. Ja, und dass das ein Freispruch ist, der Individuen, die das von sich aus wollen, der diesen Individuen als freies Geschenk Gottes angeboten wird. Und das hat mit Regeln und Gesetzen also erstmal nicht so viel zu tun. So, nächster Punkt. Bei Boccaccio ist es zwischen den Zeilen so, dass der Melchizedek, der Nathan, der soll dem Sultan die Frage beantworten und wenn er sie falsch beantwortet, dass der Sultan dann irgendwie an sein Geld, an Melchizedeks Geld herankommt. So, dazu heißt es ja auch im Text, auch sei er, also die Nathan-Figur, dass welches von diesen Gesetzen er auch vor den anderen loben möchte, Sadadin immer seinen Zweck erreichte. So, warum das aber so ist, das wird nicht erklärt. Was die Sache natürlich irgendwie witzlos macht, weil wir als Leser die Konsequenzen und den Spieleinsatz überhaupt nicht kennen, sondern irgendwie erraten müssen, was wäre denn, wenn er eine falsche Antwort geben würde. Was der Ring ist, das ist klar, dass das die eine wahre Religion ist, okay. Aber es ist völlig unklar, woran man genau diesen einen wahren Ring erkennen soll und woher man jetzt weiß, was eigentlich die wahre Religion ist. Dann ebenfalls, ziemlich seltsam bei Boccaccio, der Vater, also Gott in dem Gleichnis, verspricht jedem der Söhne den Ring. Ja, da heißt es, Zitat, der gute Mann liebte sie alle gleichmäßig und wusste selbst keine Wahl unter ihnen zu treffen. So versprach er denn dem Ring einem jeden. Und das ist eine sehr seltsame Wahl der Erzählung. Boccaccio hätte es ja auch so erzählen können, dass es von den Söhnen ausging. Zum Beispiel, dass sich jeder den Ring selbst genommen hat, also jede Religion selbst behauptet, sie wäre die wahre. Aber so in Boccaccios Erzählung, wie er es am Ende niedergeschrieben hat, sieht es so aus, dass der Vater, Gott, im besten Fall aus Menschenfurcht oder sogar Altersschwäche gehandelt hat und im schlimmsten Fall seine eigenen Kinder grundlegend angelogen und vorsätzlich getäuscht hat. Dazu passt auch, was danach kommt, Zitat, als er auf dem Totenbett lag, gab er heimlich jedem der Söhne einen von den Ringen. Und dann endet die Erzählung bei Boccaccio bis auf weiteres Unentschieden. Das ist aber auch seltsam, weil so in dieser Erzählung nicht nur die Welt nicht weiß, was der wahre Ring ist, sondern die Söhne, die wissen es ja auch nicht. Das heißt im Klartext, jetzt mal übersetzt, bei Boccaccio wissen die drei Weltreligionen selbst nicht, ob sie wahr sind. Und damit stellt sich ja für uns als Individuen die Frage, wozu sollen wir dann einer von diesen drei Weltreligionen beitreten? Warum soll ich dann als Markus mein ganzes Leben ändern, wenn völlig unklar ist, ob diese Weltanschauung, der ich beitreten möchte, ob die überhaupt wahr ist? Ja, und wenn wir in dieser Logik keine Möglichkeiten haben, das zu überprüfen? Ja, und wenn mir auch keiner der Mitglieder der Religion mir irgendein Argument dafür geben kann und diese Grundhaltung, die es für mich als jemanden, der erst atheistisch aufgewachsen war, dann bewusst und absichtlich dem Christentum beigetreten ist, ich würde es wieder tun und später, ich habe später am Institut für Altertumswissenschaften studiert und hunderte Bücher dazu gelesen. Ich muss einfach mal sagen, dass diese Grundhaltung, die dabei Boccaccio zwischen den Zeilen mitschwingt, die ist einfach nicht plausibel. Natürlich machen unterschiedliche Weltanschauungen unterschiedliche Aussagen. Ja, und die können ja auch nicht alle gleich wahr sein. Zum Beispiel, im Christentum wird gesagt, dass Jesus von Nazareth gestorben und auferstanden ist. Der Islam dagegen behauptet, Jesus wäre noch nicht einmal gestorben. Das kann nicht beides wahr sein. Und wenn eines von beiden wahr ist, ist automatisch das andere falsch. Manche der Aussagen der Weltreligion decken sich mit der Realität und manche decken sich nicht mit der Realität. Und die Kernaussagen des biblischen Christentums, die decken sich ausgesprochen gut mit der Realität und den historischen Fakten, was beim Islam beispielsweise nicht der Fall ist. Tut mir leid, wenn das harsch klingt, das ist einfach Fakt und es hilft ja nichts, um den heißen Brei drum zu reden. Dazu habe ich dir auf diesem Kanal mehrere Videos vorbereitet, wo du das Schritt für Schritt für dich in Ruhe nachvollziehen kannst. Drück gerne die Glocke unter diesem Video, dann wird dir das auch angezeigt. Gehen wir jetzt weiter zu dem, was Lessing über 400 Jahre später aus der Erzählung von Boccaccio gemacht hat. Ein paar Eindrücke mal aus dem gesamten Buch nahtalnderweise, bevor wir die wichtigen Passagen lesen. Ich habe das Buch schon ein paar Mal gelesen gehabt. Ich war damals auf einem humanistischen Gymnasium und ich hatte Literaturleistungskurs, sodass ich das Buch schon kannte. Ich hatte auch nach dem Abitur im Nebenfach Philosophie studiert, sodass auch die Zeit, in der Lessing das niedergeschrieben hat und auch Lessings Denke in Anführungsstrichen, das war mir jetzt nicht völlig unbekannt. Trotzdem ist das jetzt wiederzulesen, das ist eine befremdliche Erfahrung gewesen. Woran mache ich das fest? Zum Beispiel daran, wie häufig in diesem Buch Blasphemie genutzt wird, dass also Charaktere in dieser Geschichte sowas sagen wie, oh Gott oder ach Gott oder einfach Gott. Und ich würde das verstehen, das ist ja auch ein fiktives Werk, wenn diese Blasphemie irgendeine Rolle in der Handlung hätte oder wenn Lessing diese Blasphemie wenigstens nutzen würde, um die Personen, die sich blasphemisch äußern, irgendwie zu charakterisieren oder so. Das tut es aber nicht. Es wird einfach, diese Blasphemie, die wird einfach als ganz normale Redewendung benutzt, sodass der Leser denken könnte, es wäre normal, so zu sprechen. Was auch befremdlich war, dass es in dem Buch seitenweise um Nebenschauplätze und Details geht, die für die Handlung unerheblich sind und die auch in der Geschichte danach nie wieder auftauchen. Zum Beispiel ein Mantel oder ein Schachspiel oder ein Schwert. Das ist komisch. Oder auch, dass die Charaktere sich über belanglose Details, dass die komplett emotional eskalieren und die Emotionen bei Dingen hochkochen, die zwei Seiten weiter wieder völlig irrelevant sind. Ich hatte tatsächlich mal, kurzer Fakt am Rande, nachdem ich das oder während ich das gerade gelesen hatte, hatte ich mal einen Dialog hier drin nachgestellt. Ich habe nur den Gegenstand, um den es ging oder das, worum es ging, ausgetauscht mit einer Blumenvase, die bei uns im Wohnzimmer steht. Und meine Frau kam gerade rein und hat mich angeguckt, als hätte ich den Verstand verloren. Es wird noch seltsamer. Eine der Figuren aus dem Buch, eine junge Frau namens Recher, gerät in Lebensgefahr. Dann wird sie aus der Lebensgefahr von einem Soldaten gerettet, der in dem Drama auch zwei verschiedene Namen hat. Dann, direkt danach, verliebt sich Recher auf der Stelle in den Soldaten und will ihn heiraten. Und alle anderen Figuren finden das normal. Zur Erinnerung, dieser Soldat in diesem Roman, in diesem Drama, ist ein Typ, den sie nicht kennt. Sie kennt ihn nicht. Das ist jemand, der sich in dem Buch wiederholt antisemitisch äußert, der von sich selbst sagt, er wäre suizidal und der sie, Recher, bei fast jedem ihrer Treffen beschimpft. Sie verguckt sich in ihn und niemand denkt an sowas wie posttraumatische Belastungsstörung oder Stockholm-Syndrom, alle finden es normal und ermutigen sie sogar dazu, sich lebenslang unwiderruflich an den Typen zu binden. Also das würde heutzutage als psychischer Missbrauch zählen. Zurecht. Und das Kurioseste von allem, bevor wir direkt in den Inhalt gehen, am Ende des Buches stellt sich heraus, dass die meisten Hauptcharaktere Verwandte ersten Grades sind. Aber alle freuen sich plötzlich darüber. Wieder zur Erinnerung, wenige Minuten vorher wollten beispielsweise Recher und der Soldat noch heiraten und höchstwahrscheinlich miteinander schlafen und Kinder haben. Plötzlich stellt sich heraus, dass das nicht geht, weil sie Geschwister sind und statt dass das ein ultimativer Schock ist, dass die quasi Verlobte des Soldaten und seine fast Ehefrau, dass die seine eigene Schwester ist und er um ein Haar Inzest begangen und mit seiner eigenen Schwester geschlafen hätte, sind alle völlig okay damit und freuen sich sogar. Also das ist eine Wendung, die ist im echten Leben schwer so vorstellbar. Dazu kommen dann noch ein paar Details, wie zum Beispiel, dass die Christen im gesamten Drama entweder als ziemlich unsympathisch oder sogar etwas geistig beschränkt dargestellt werden. Aber das überspringen wir nochmal. Ich will nur sagen, es wundert mich jetzt nicht gerade, dass das Drama auch zur Zeit der Erstaufführung jetzt nicht gerade mit guten Kritiken aufgenommen wurde. Aber schauen wir es uns bei Lessing einmal an. Also, dritter Aufzug, fünfter Auftritt. Sagt Saladin, da du, Nathan, nun so weise bist, so sage mir doch einmal, was für ein Glaube, was für ein Gesetz hat dir am meisten eingeleuchtet? Und dann antwortet Nathan Folgendes. Vor grauen Jahren lebte ein Mann im Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Der Stein war ein Opal, der hundert schöne Farben spielte und hatte die geheime Kraft vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Wer in dieser Zuversicht ihn trug? Was Wunder, dass ihn der Mann im Osten darum nie vom Finger ließ und die Verfügung traf, auf ewig ihn bei seinem Hause zu erhalten. Nämlich so. Er ließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermache, der ihm der Liebste sei und stets der Liebste, ohne Ansehen der Geburt, in Kraft allein des Rings das Haupt der Fürst des Hauses werde. So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn auf einen Vater endlich von drei Söhnen, die alle drei ihm gleich gehorsam waren, die alle drei, erfolglich gleich zu lieben, sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit zu Zeit erschien ihm bald der, bald dieser, bald der Dritte und so wie jeder sich mit ihm allein befand und sein ergießend Herz die anderen zwei nicht teilten, würdiger des Ringes. Schwierig. Er schmerzt ihn zwei von seinen Söhnen, die sich auf sein Wort verlassen, so zu kränken. Was zu tun? Er sendet ihn Geheimen zu einem Künstler, bei dem er nach dem Muster seines Ringes noch zwei andere bestellt und weder Kosten noch Mühen sparen heißt, sie jenem gleich vollkommen gleich zu machen. Das gelingt dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, kann selbst der Vater seinen Musterring nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft er seine Söhne, jeden insbesondere, und gibt jedem insbesondere seinen Segen und seinen Ring und stirbt. Kaum war der Vater tot, so kömmt ein jeder mit seinem Ring und jeder will der Fürst des Hauses sein. Man untersucht, man zankt, man klagt. Umsonst. Der rechte Ring war nicht erweislich. So, dann sagt er weiter. Fast so unerweislich, als uns itzt der rechte Glaube. Das fragt Saladin zurück. Wie? Das soll die Antwort auf meine Frage sein? Sagt Nathan weiter. Soll mich bloß entschuldigen, wenn ich die Ringe nicht getraut zu unterscheiden, die der Vater in der Absicht machen ließ, damit sie nicht zu unterscheiden wären. So schreibt Lessing hier. Sagt Saladin. Die Ringe spielen nicht mit mir. Ich dachte, dass die Religionen, die ich dir genannt, doch wohl zu unterscheiden wären. Bis auf die Kleidung, bis auf Speis und Trank. Antwortet Nathan. Und nur von Seiten ihrer Gründe nicht. Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte, geschrieben oder überliefert. Und Geschichte muss doch wohl allein auf Treu und Glauben angenommen werden. Sagt er hier. Nicht? Nun, wessen Treu und Glauben zieht man denn am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen. Doch deren Blut wir sind. Doch deren, die von Kindheit an uns Proben ihrer Liebe gegeben, die uns nie getäuscht, als wo getäuscht zu werden uns heilsamer war. Wie kann ich meinen Vätern weniger als du den deinen Glauben? Oder umgekehrt. Wie kann ich von dir verlangen, dass du deine Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht zu widersprechen? Oder umgekehrt. Das Nämliche gilt von den Christen. Lass uns auf den Ring wieder kommen. Sagt Nathan. Wie gesagt, die Söhne verklagten sich. Und ein jeder schwur dem Richter, unmittelbar aus seines Vaters Hand den Ring zu haben. Wie auch war. Nachdem er von ihm lange das Versprechen schon gehabt, des Ringes Vorrecht einmal zu genießen. Wie nicht minder war. Der Vater, beteuert jeder, könne gegen ihn nicht falsch gewesen sein. Und ehe er dieses von ihm, von einem solchen lieben Vater, arg wohnen lass, ehe müß er seine Brüder, so gern er sonst von ihnen nur das Beste bereit zu glauben sei, des falschen Spiels bezeihen. Und er wolle die Verräter schon auszufinden wissen, sich schon rächen. Also du merkst schon im Zusammenhang hier, es geht darum, der Vater, der sie getäuscht hat, kann sie nicht getäuscht haben, also müssen die Brüder sich gegenseitig täuschen. Das ist schon mal eine tolle Ausgangsvoraussetzung. Dann heißt es weiter. Und nun der Richter, so antwortet Nathan weiter, der Richter sprach, wenn ihr mir nun den Vater nicht bald zur Stelle schafft, so weiß ich euch von meinem Stuhle. Denkt ihr, dass ich das Rätsel zu lösen da bin? Oder harret ihr, bis dass der rechte Ring den Mund öffne? Doch halt, ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft beliebt zu machen vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden. Denn die falschen Ringe werden doch das nicht können. Nun, wen lieben zwei von euch, gemeint sind die Brüder, am meisten? Macht sagt an, ihr schweigt, die Ringe wirken nur zurück und nicht nach außen. Oh, jeder liebt sich selber nur am meisten. Oh, so seid ihr alle drei betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging verloren. Den Verlust zu Bergen zu ersetzen, ließ der Vater die drei für einen machen. Und also fuhr der Vater fort, wenn ihr nicht meinen Rat, sondern meines Spruchs wollt, geht nur. Mein Rat ist aber der, ihr nehmt die Sache völlig, wie sie liegt. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so glaubt jeder sicher seinen Ring den echten. Möglich, dass der Vater nun die Tyrannei des einen Rings nicht länger in seinem Hause dulden wolle. Und gewiss, dass er euch allen drei geliebt und gleich geliebt, indem er zwei nicht drücken möge, um einen zu begünstigen, wohl ahn. Es eifre jeder seiner Unbestochenen von Vorurteilen freien Liebe nach. Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins mit seinem Ring am Tag zu legen. Und komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hilfe. Und wenn sich dann der Steinekräfte bei euren Kindeskindern äußern, so lad ich über tausend, tausend Jahre sie wiederum vor diesem Stuhl. Da wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen, als ich und sprechen geht. Das war die Ringparabel von Lessing. So, was fällt uns jetzt auf? Neun Dinge. Nummer neun. Nathan der Weise geht davon aus, dass der Hauptgrund, warum man einer Weltanschauung beitritt, dass das vor allem die Familie ist und wie du aufgewachsen bist. Da ist teilweise was dran. Ja, als ich damals als junger Mann zum ersten Mal in christliche Gemeinden, in christliche Kirchen gegangen bin, habe ich die Leute immer gefragt, warum sie sich fürs Christentum entschieden haben. Und ich habe immer die gleichen vier Antworten bekommen. Was waren dann so die Antworten, die du bekommen hast? Naja, passt auf Leute. Also, ich habe Leute gefragt, ja, warum hast du dir das Christentum ausgesucht? Ja, und da kamen vier Antworten. Antwort Nummer eins. Ja, ich bin so aufgewachsen. Wo ich so dachte, ja schön, ich bin als Atheist aufgewachsen. Machen wir schnick, schnack, schnuck. So, das nächste, was ich gefragt habe, war, nächste Antwort, die dann kam, war, naja, kein Problem, ich habe halt irgendeine Erfahrung gemacht. Wo ich so dachte, ach, ist ja spannend. Halt mein Bier, ja. Da hinten sind noch drei Hinduisten, die haben jeder fünf Erfahrungen gemacht. Das wird lustig, ja. Die auch meistens lustiger angezogen sind, als der Standard-Gottesdienst-Besucher. Das kommt drauf an. Und dann habe ich jedenfalls gefragt, okay, was gibt es noch so? Und dann waren, naja, alle meine Freunde, die sind halt auch alle in der Church. Wo ich so dachte, ja, denkst du, Baha'i-Menschen haben keine Freunde, ja. Oder, naja, ich brauche halt das Christentum, damit ich mich irgendwie als besserer Mensch benehme. Und das hat mich traurig gemacht, wo ich dachte, wirklich, da bin ich so auf Abstand gegangen in der Licht. Du brauchst eine Religion, die dir sagt, dass du dich nicht schlecht benehmen sollst. Ich glaube, ich kriege das auch so hin. Vielleicht fühlst du dich jetzt ertappt, aber das ist ja auch eine Chance, um zu erkennen, dass mehr hinter der Weltanschauung, wie zum Beispiel im Christentum, dahinter stecken kann. Nathan der Weise geht aber davon aus, dass es keine externen oder überprüfbaren Argumente oder Gründe für irgendeinen Wahrheitsanspruch irgendeiner der großen Weltanschauungen gibt. Ja, und das ist ja eben nicht der Fall. Dazu habe ich dir eine eigene Videoreihe auf diesem Kanal bereitgestellt, wo wir Schritt für Schritt wissenschaftlich darauf eingehen und wo du dir anschauen und anhören kannst, warum es sehr gute Gründe gibt, die dafür sprechen, dass ausgerechnet das Christentum die eine zutreffende Weltanschauung ist und andere mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Drück gerne die Glocke unter diesem Video, dann wird dir das Ganze auch angezeigt. Nr. 8 Bei Nathan der Weise scheint es vor allem um Toleranz zu gehen. Ich lese dir mal zwei Stellen vor. Einmal hier. Wem eignet Gott? Was ist das für ein Gott, der einen Menschen eignet, der für sich muss kämpfen lassen? Dann heißt es weiter, an der anderen Stelle. Wenn, hat und wo die fromme Raserei, den besseren Gott zu haben, diesen Besseren der ganzen Welt als Besten aufzudringen, in ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr gezeigt als jetzt. Im Zusammenhang des Buches sind damit natürlich die Kreuzzüge gemeint, aber man fühlt sich als Leser auch sehr an den 30-jährigen Krieg erinnert, der zur Zeit von Lessing in der kulturellen Diskussion noch präsenter gewesen ist als heute. Und Frieden zwischen Anhängern verschiedener Weltanschauungen, das ist ein absolut erstrebenswertes und es ist auch ein nötiges Ziel. Aber was wir nicht machen dürfen, ist Wahrheit dafür zu kompromittieren. Ja, in Lüge zu leben. In Lüge zu leben bringt immer nur noch größeren Konflikt hervor und macht am Ende alles noch schlimmer. Und es sieht in dem Buch ganz so aus, als ob Lessing, der Autor, den Unterschied zwischen Akzeptieren und Tolerieren nicht kennt. Zur Erklärung. Toleranz ist, wenn ich sage, mir gefällt es nicht, ich finde es wirklich nicht gut, es ficht mich an. Aber zum Beispiel, wenn die NPD meint, dass sie am 3. Oktober einen Aufmarsch vor dem Bundestag platzieren muss, dann soll sie halt. Das, diese Einstellung, das ist Toleranz. Akzeptanz auf der anderen Seite ist, wenn ich sage, yay, wie kann ich die NPD unterstützen? Wo ist das Spendenkonto? Kommt, wir sammeln alle mit für diesen Aufmarsch. Das wäre Akzeptanz. Das ist nicht das Gleiche. Also zusammengefasst, Toleranz ist, ich wehre mich nicht dagegen. Akzeptanz ist, ich will das unterstützen und befeuern. Dazu habe ich einen eigenen Beitrag auf diesem Kanal gemacht, wo ich das Schritt für Schritt mit Beispielen erkläre. Drücke gerne die Glocke unter diesem Video, dann wird dir das auch angezeigt. Nummer 7, der Ausgang der Erzählung. Es scheint so zu sein, dass die Geschichte die Ringparabel bei Lessing zwei verschiedene Ausgänge hat. Einmal, dass der Ring die wahre Religion verloren gegangen ist. Und dann an einer anderen Stelle, dass der Ring von den Söhnen, also die wahre Religion, von den Anhängern selbst erwiesen werden muss. Und das, das ist wirklich seltsam. Und du bekommst beim Lesen den Eindruck, dass Lessing nicht den Unterschied kennt zwischen weichem und hartem Agnosticismus. Was ist das? Ich erkläre es kurz. Weicher Agnosticismus ist eigentlich eine relativ gesunde und auch eine gute Grundhaltung, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, welche Weltanschauung, ich weiß nicht, welche Religion die wahre ist, aber ich würde es gern wissen. So, das ist weicher Agnosticismus von Agnosticismus. Das bedeutet einfach, ich weiß es nicht. Von Agnoses, Nichtwissen, Griechisch. Harter Agnosticismus ist was ganz anderes. Weicher Agnosticismus eben war, ich weiß es nicht. Harter Agnosticismus ist, ich weiß es nicht. Und man kann es nicht wissen. So, da stellt sich die Frage, ich muss ja erst mal sehr, sehr viel über diesen Gegenstand selbst wissen, um die Aussage mit Bestimmtheit treffen zu können, dass man es nicht wissen kann. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Weil wenn ich sage, ich weiß es nicht, aber man kann es nicht wissen, dann muss ich ja schon wissen, dass man es nicht wissen kann und damit einiges mehr über diesen Gegenstand wissen. So, und genau genommen, weicher Agnosticismus, ja, das ist eine logische Grundhaltung, mit der man an die Realität rangehen kann. Harter Agnosticismus ist eigentlich nicht logisch, sondern verdankt sich wieder irgendeiner Weltanschauung oder Ideologie, die dahinter steht. Wenn du möchtest, dass ich mal ein eigenes Video mache, wo wir auf diese Unterschiede und auf das Thema Atheismus noch genauer eingehen, dann drück gerne die Glocke unter diesem Video, dann weiß ich, wie viele von euch das interessiert. Problem Nummer 6. Nirgendwo im Neuen Testament steht, dass das Christentum, wie Lessing das behauptet, vor den Menschen angenehm machen würde. Eher im Gegenteil. Hört ihr mal an, was Jesus selbst dazu sagt. In Matthäus 10 sagt er, weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Nochmal, nicht geliebt werden, sondern gehasst werden. Also, Jesus redet nicht nur von Hass, sondern auch davon, dass die Zugehörigkeit zu Jesus der Grund ist für diesen Hass. In Matthäus 24 sagt er, man wird euch bedrängen, man wird euch, die Christen, meine Nachfolger, sagt er, misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Andere Stelle, Johannes 15, wenn euch, meine Nachfolger, die Christen, wenn euch die Welt hasst, dann sollt ihr wissen, dass sie mich vor euch gehasst hat. In Lukas 6 heißt es, wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn, weil ihr zu mir gehört, sagt Jesus. Und dann sagt Jesus nochmal ganz sonnenklar in Matthäus 24, seht, ich habe es euch vorausgesagt. Das heißt zusammengefasst, was passiert ist, ist Folgendes. Lessing behauptet einfach, er behauptet einfach, wenn das Christentum wahr wäre, würde das Christentum die Christen vor anderen Menschen angenehm machen. Das widerspricht aber direkt sonnenklar dem, was Jesus selbst über das Christentum sagt. Er sagt nämlich dazu das komplette Gegenteil. Nummer 5. In Lessings Ringparabel sollen die Gläubigen selbst die Wahrheit hervorbringen. So, jetzt musst du mal überlegen, welcher Appell spricht denn daraus? Was meine ich mit Appell? Dann meine ich, dass eine Botschaft verschiedene Ebenen haben kann. Eine Botschaft kann eine Sachebene haben, das heißt, das, was die Botschaft eigentlich in der Sache aussagt. Sie kann auch eine Selbstgrundgabe-Ebene haben, das heißt, was sagt die Botschaft über mich als Sprecher aus? Sie kann tatsächlich auch aber eine Appell-Ebene haben. Wie das genau funktioniert mit den Kommunikationsebenen? Dazu habe ich dir einen eigenen Kurs kreiert, einen eigenen Kurs aufgenommen, einen Online-Kurs, mit dem du die häufigsten Denkfehler und Kommunikationsfehler über das Christentum entlarven kannst. Den haben schon mehrere hundert Menschen live und online durchlaufen und dazu sehr gute Feedbacks abgegeben. Schaust dir gern selbst an und nimm dir mit, was immer dir davon nützlich ist. Das findest du alles gratis. Auf der Website ist 100% kostenfrei. Der Link dazu ist unter diesem Video. Der Appell, der Aufruf in Lessings Ringparabel hier jedenfalls scheint zu sein, etwas in Richtung Werkgerechtigkeit. Das heißt, du musst dein eigenes Heil erweisen. Du musst deine Rettung, du musst die Wahrheit deiner Religion durch Taten selbst hervorbringen. Das ist etwas, was wir Werkgerechtigkeit nennen und das ist ein völlig unchristliches Konzept. Nummer vier. Lessing geht davon aus, dass Wahrheit tyrannisch wäre. Und das ist der Punkt, wo ich als Religionswissenschaftler sagen muss, das scheint zu sein, dass er das Christentum nicht verstanden hat. Ja, als ob im Christentum jemand gezwungen würde, Christ zu sein. Das ist ein totales Missverständnis. Lass mich dir das kurz erklären. In fast allen Weltreligionen geht es darum, dass man mehr gute Taten als böse Taten vollbringen soll. Das heißt, dass du mindestens am Ende deines Lebens einen mindestens 51% Überhang haben musst von guten zu schlechten Taten. Das Problem ist dabei, dass du nie wissen kannst, welche einzelne Tat jetzt eigentlich wie zählt und wie gewichtet wird. Und deshalb Menschen dieser Religionen, Anhänger dieser Weltreligion, bis zum Ende, bis zu ihrem Tod in völliger Ungewissheit und Sorge leben müssen, ob sie zum Beispiel noch einer Oma mehr die Tür hätten aufhalten sollen oder ob sie noch ein Euro mehr hätten spenden sollen. Das klingt vielleicht kurios, ist es aber nicht, sondern stürzt echte Menschen auf der Welt in regelrechte Verzweiflung und teilweise in Suizide. Jedenfalls dieser Rahmen mit dem 51% Überhang, der trifft zu auf alle großen Weltanschauungen außer den Buddhismus und außer das Christentum. Das sind die zwei Ausnahmen unter den Weltreligionen. Ich spreche jetzt fürs Christentum. Im Christentum geht es im Kern darum, wie schuldige Individuen, die das wirklich von Herzen wollen, wie schuldige Individuen vor dem jüngsten Gericht freigesprochen werden können. Und dass dieser Freispruch, dass das den Individuen, die das von sich aus wollen, dass dieser Freispruch angeboten wird als ein freiwilliges Geschenk von Gott. Ich will das nochmal unterstreichen. Es geht im Christentum um schuldige Individuen, die eine freiwillige Entscheidung treffen. Es gibt also zwei Gruppen von Menschen, die das Christentum nicht hauptsächlich anspricht. Gruppe 1. Wenn du unschuldig bist. Unschuldig heißt nicht, mehr gute Taten als schlechte getan zu haben, sondern es heißt, unschuldig zu sein. Keine schlechten Taten, sodass keinerlei Schuld an dir haftet und es kein Leid, keine Ungerechtigkeit und keine Unheiligkeit gibt, die du in die Welt gebracht hast. Das heißt es, wirklich unschuldig zu sein. Und wenn du wirklich unschuldig bist, beispielsweise ein neugeborener Säugling oder ein Säugling vor der Geburt oder jemand mit schwerer geistiger Behinderung, der nicht Herr seiner Taten ist, wenn du wirklich unschuldig bist, dann brauchst du logischerweise keinen Freispruch beim jüngsten Gericht, weil du beim jüngsten Gericht nicht zu befürchten hast. Und Gruppe 2, die das biblische Christentum nicht hauptsächlich anspricht, ist jemand, der schuldig ist, aber keinen Freispruch möchte. Das heißt, du weißt, dass du ein ewiges Wesen bist, aber du willst die Ewigkeit nicht mit Gott verbringen. Auch das gibt es. Dann wirst du dich für deine Schuld verantworten müssen und Gott wird dich nicht gegen deinen Willen zwingen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Auf mich trifft das beispielsweise nicht zu. Ich weiß um das Leid, ich weiß um die Ungerechtigkeit und ich weiß um die Unheiligkeit, die ich in die Welt gebracht habe. Ich weiß, dass ich es verdiene, die Ewigkeit in äußerster Finsternis zu verbringen. Ich weiß, dass ich die Höllenstrafe verdiene und ich weiß auch, wofür ich das verdiene. Aber ich will diese Konsequenz nicht. Ich habe Angst vor den gerechten Konsequenzen meiner eigenen Taten, die ich selbst gewählt habe. Ich habe Angst vor der Hölle und das sollte ich auch. Ich will nicht, dass mir Gerechtigkeit widerfährt. Ich liege vor Gott mit meinem Gebet und vertraue nicht auf meine Gerechtigkeit. Das ist ja hoffnungslos, wenn du schuldig bist, sondern ich vertraue auf Gottes Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit, die hat einen Namen, Jesus. Und ich bin Gott froh, dass Jesus einen Ausweg geschaffen hat, sodass ich nicht bekommen muss, was ich verdiene. Wie genau dieser Ausweg funktioniert und wie du ihn auch bekommen kannst, das habe ich dir hier unter diesem Video verlinkt. Jedenfalls ist das ein riesengroßer Unterschied. Der Himmel ist keine Bonuszahlung dafür, dass du im Leben gute Taten vollbracht hast. Der Himmel ist auch keine Belohnung dafür, Christ zu sein. Und die Hölle ist keine Strafe dafür, nicht in der Kirche zu sein oder so ein Blödsinn. Lass uns hier ganz klar sein. Punkt Nummer drei, der bei Lessing kritisch ist, das Gottesbild. Lessing setzt voraus, dass der Vater oder der Ringgeber heute überhaupt nicht mehr wirkt und gar nicht mehr ansprechbar ist. Er ist ja gestorben in der Geschichte. Das ist so ein Gottesbild aus der Zeit, aus der Lessing geschrieben hat, von Deismus, ganz vereinfacht gesprochen. Das ist jetzt nicht die korrekte religionswissenschaftliche Definition. bedeutet das ganz vereinfacht gesprochen, nach dem Motto, Gott hat die Welt einmal geschaffen und dann hat er sich für immer aus der Welt verabschiedet und das war es jetzt. So, und das ist das, was Lessing uns hier zwischen den Zeilen einfach mitgibt. Und das nennen wir in der Kommunikationspsychologie eine Snug Premise. Das heißt, eine Prämisse, die ich da einfach reinschleiche. Zum Beispiel, wenn du in den Fahrradladen kommst und der Fahrradverkäufer dich fragt, hey, soll dein neues Fahrrad lieber rot oder grün sein? Oder wann möchtest du dein Fahrrad mitnehmen? Obwohl du noch gar nicht gesagt hast, dass du ein Fahrrad möchtest oder dass du ihm überhaupt den Kaufauftrag gegeben hast, dann ist das eine Snug Premise. Er impliziert das einfach. Er schiebt das einfach zwischen den Zeilen mit rein, um dir das Fahrrad zu verkaufen. Um mehr dazu zu erfahren, wie diese Dinge funktionieren und wie du die selbst identifizieren kannst, wie gesagt, ist alles im Kurs erklärt. Nimm dir den Kurs gern gratis mit im Link unter diesem Video. Und das ist das, was hier auch so seltsam ist bei dieser Ringparabel, weil das, was Lessing über Gott schreibt, ist, dass Gott die Leute anlügt. Sie verlassen sich auf Gottes Wort und er lügt den anderen, den Gläubigern, seinen Kindern ins Gesicht und steht dann noch nicht mal dazu. Also wirklich, wirklich seltsames Gottesbild. Nummer zwei, Lessings Fazit. Du musst das Thema von der logischen Struktur vor Augen halten. Er erfindet ein Kriterium. Die wahre Religion wird bei Menschen beliebt machen. Dann sagt er, oh, dieses Kriterium ist nicht erfüllt, weil die Religionen miteinander im Streit liegen und die Anhänger sich bekriegen. Und dann spricht er das Urteil darüber und sagt, und deswegen kann keine Religion wahr sein. Also von der logischen Struktur. Er erfindet ein Kriterium, stellt dann fest, dass das Kriterium nicht erfüllt ist und spricht dann das logische Urteil, was eigentlich klar war, in dem Moment, wo er das Kriterium erfunden hat. Das heißt, was du dir eigentlich angucken musst, ist, ob das Ursprungskriterium, die Wahrheit wird beliebt machen, ob das wirklich zutrifft. Und das ist im Christentum etwas, was Jesus sagt, das ist nicht der Fall. Und Punkt Nummer eins ist damit die Verkehrung. Im Lessings Buch ist es so, dass die Menschen über Gott urteilen sollen. In der Realität ist es so, du und ich, wir sollten uns klar machen, dass Gott über uns als Menschen urteilen wird.